Und das Gerd vom TSG Stein mit der Startnummer 125 gegen Julian Kiebko vom SVN Kölner mit der Startnummer 106 und Markus Kertz vom TSG Gießen mit der Startnummer 106 und Markus Kertz vom TSG Gießen mit der Startnummer 13 und Markus Kertz vom TSG Gießen mit der Startnummer 106 und Markus Kertz vom TSG Gießen mit der Startnummer 13 und Markus leert im TSG Gießen mit der Startnummer 13 und Markus Kertz vom TSG Gießen mit der Startnummer 15 Vielen Dank.